Du hast auch noch was vorbereitet, oder? Ja, eine richtige Premiere, weil dieses Lied habe ich zwar schon etwas länger übersetzt, aber immer nur mit einem Gitarristen gesungen. Das ist jetzt das erste Mal mit einer Band. Und dafür darf ich auch meine liebe Kollegin Daniela Klaassen auf die Bühne bitten. Die macht den Song nämlich so richtig rund, dadurch, dass sie mit sich. Viel Spaß mit dem nächsten Song. Genau, aus dem Film Flashdance. Maniac! Sonntagabend in der Arbeiterstadt Sie gehen aus, um lebendig zu sein Im Alltag mag sie unsichtbar sein Man sagt, sie ist komisch Ihr Herzschlag schlägt sich in die Musik Ihre Schritte bewegen das Licht Sie tanzt schon lang auf diesem Vulkan Die Tänzerin wird zum Tanz Es wird plötzlich glöd und heiß Wenn die Gabe vor ihr fängt Auf dem Blattseil zwischen Stern und Wirklichkeit Es ist wahnsinnig, 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 was sie kann Wenn die Tänzer fängt das Leben nochmal an Es ist wahnsinnig, 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 was sie kann Es ist Zeit für den einen Moment Niemals sicher, ob er auch kommt In der Glitzerwelt hast du immer ne Chance Der Hunger bleibt über Nacht Kalte Hitze, die sich dreht Kalte Hitze, die sich dreht Drücken, 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 was noch geht Keine Pause, Drehung, im endigen Wind Es ist wahnsinnig, 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 wahnsinnig Musik Musik Kalte Hitze, die sich dreht, Stätten prüfen, Masse dreht, keine großen Drehungen entgegenweht. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, was sie kann, wenn sie tanzt, dann fängt ihr die Lebe ganz neu an. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, was sie kann, wenn sie tanzt, dann fängt das Leben noch mal an. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, was sie kann, wenn sie tanzt, dann fängt das Leben noch mal an. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, was sie kann, wenn sie tanzt, dann fängt das Leben noch mal an. Holger Betts-Werner, Daniela Klaassen und Dancing Waves. Ja, wahnsinnig, wie ihr hier die Bühne geräumt habt. Unglaublich. Ja, freuen wir auch noch mal.